Hey Leute, heute gibt es mal ein neues Haul-Video von mir. Ich zeige euch mal, was ich mir heute alles gekauft habe. Ich habe es schon länger bestellt und das ist jetzt die letzten Tage angekommen. So, letzte Woche Samstag kam die Collector Draculaura an und ich glaube Freitag oder Donnerstag, je nachdem wann ich frei hatte, ich weiß es nicht mehr, habe ich die Gina-Feier bekommen von Gloom & Bloom. Hier haben wir einmal die Draculaura Collector. Ich habe für die, die habe ich über Amazon bestellt, da war die für 88 Euro drin. War jetzt reduziert von 99 auf 88. Deswegen musste ich da eigentlich zuschlagen. Also ich habe jetzt auch bei Toys R Us gesehen, also nicht nur ich, sondern auch andere. Ich habe es bei Facebook gelesen, hatte jemand gepostet, gibt es die Collector Draculaura auch bald bei Toys R Us. Aber auch ebenfalls, ich glaube für 99 Euro haben sie das reingestellt. Es war noch kein Bild drin, aber zumindest steht sie da schon drin. Ich bin mal gespannt. Dann wird es wahrscheinlich keine limitierte Edition von Draculaura sein. Was ich eigentlich gedacht habe, ist es dann wahrscheinlich nur so eine Sonder-, so eine Exklusivpuppe wieder für Toys R Us oder Amazon. Ursprünglich hieß es ja, dass sie nur für Amazon hergestellt worden ist, aber anscheinend doch nicht. Ich finde das sowieso richtig cool, die Verpackung. Wenn man mal die Rückseite sieht, sieht es ja ein bisschen aus. Also ich finde es sieht aus wie eine Geisha. Sieht so asiatisch aus. Ich habe erst gedacht, dass sie die Puppe hergestellt haben wegen dem Schüleraustausch. Da gab es ja auch die Draculaura zu, so ein Shibuya. Und weil es ja auch so asiatisch ist, habe ich schon anfangs gedacht, dass sie vielleicht auch ein Abklatsch davon wäre. Ab der Rückseite steht natürlich auch noch ein schöner Text. So hast du Draculaura noch nie gesehen. In ihrem mit Spitze verziertem Saturnkleid sieht sie einfach hinreißend aus. Jedes Detail ist sorgfältig gearbeitet und zeigt schrecklich schön die Vampirmode. Auf dem Höhepunkt des viktorianischen Zeitalters Ende des 19. Jahrhunderts. Wander mit Draculaura durch die nebligen Straßen Old Londooms und triff neue Freunde oder entdecke Alte wieder. Der Text ist natürlich total schön, finde ich. Passt natürlich auch super zu Draculaura. Also die haben sich wirklich viel Mühe gegeben. Gerade weil Draculaura auch diesmal die echten Wimpern hat. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie erkennt. Ein bisschen zurückgehe vielleicht. Ja, jetzt sieht man es. Das sind echte Wimpern. Der Sonnenchirm ist diesmal aus Stoff. Den kann man auch ausfahren. Ich habe das in einem anderen Review Video gesehen. Ja, ansonsten ist es wirklich schön gearbeitet. Aber es sieht auch so ein bisschen, naja, ich will es jetzt nicht sagen Geisha mäßig. Aber so eine Geisha finde ich schon, dass es so ähnlich aussieht. Halt nur so im Stil von Draculaura. Hinten drin ist natürlich alles auch nur gemalt. Auch von außen. Also es ist wirklich nur gedruckt. Da sind auch keine Präsin oder irgendwas drin, was so danach aussieht. Jo. Dann kommen wir jetzt zu Gina Fire. Gina Fire habe ich jetzt auch von Amazon bekommen. Für 31 Euro ungefähr. Die war jetzt auch reduziert. Aber es war jetzt auch nur kurz. Die war sonst immer bei 42, 44 Euro ungefähr bei Amazon. Ich habe es aber auch bei Ebay immer nur so für diesen Preis ungefähr gesehen. Und ja, dann hatte ich sie halt für 31 gesehen. Wie gut, dass ich sie dann bestellt hatte. Denn jetzt kostet sie wieder 42 Euro. Finde ich auch echt cool, auch mit der Locke da. Ich packe sie auch nicht aus. Ich finde, die verpacken so schön deswegen. Ich drehe das mal ein bisschen, dann sieht man es vielleicht besser. Leiderseits auch nicht so sonder so wie alle anderen Verpackungen auch. Ehrlich gesagt finde ich diese neuen Verpackungen ein bisschen schöner, aber unfraktischer. Wenn man die Puppen auspacken will, ist es viel komplizierter als die mit den alten Verpackungen. Wie dieses ganze Plastik, was sie hier noch so drumrum gemacht haben. Mit den ganzen Einkerbungen. Gerade dieses, was hier hinten so ist. Ne, fand ich vorher besser. Wenn man die Puppen nicht auspacken möchte, finde ich es so schon schöner, aber unpraktisch. Wirklich unpraktisch. Und das war das, das war noch nicht das einzige, was ich gemacht habe. Ich habe letzte Woche, wo ich frei hatte und Langeweile gehabt habe, habe ich was gebastelt. Und das zeige ich euch jetzt auch einfach mal. Ich habe für die Freak du Chic Puppen, habe ich was schönes gebastelt. Ich habe mir roten Stoff besorgt. Ich wollte eigentlich so Samtstoff haben, weil es ein bisschen besser zum Zirkus passt. Aber das gab es nicht in rot. Das gab es nur in allen anderen Farben. Naja, ich habe mir dann einfach einen anderen Stoff mitgenommen, weil ich hatte jetzt auch keine Lust zu warten, weil ich auch nur in einem einen Tag frei hatte. Und ich wollte das sofort machen. Deswegen, ich habe, man sieht es vielleicht nicht, hier unten angefangen. Ich habe das wirklich mit Nägeln nur so an die Decke gekloppt. Und dann hinten an die Wand auch mit Nägeln befestigt. Und der Stoff hängt hinten einfach nur runter. An den Seiten habe ich danach die Vorhänge gemacht. Auch so um die Ecke. Auch mit Nägeln oben an der Decke. Einen goldenen Gummiband dran. Hier auch dasselbe nochmal. Dann habe ich vorne noch ein Stückchen Stoff abgeschaut. Also ich hatte noch was von dem Stoff über. Ich hatte ungefähr 1,30 Meter. Ungefähr geholt. Das hatte doppeltes Stoff. Ich glaube das war auch 1,30 Meter oder 2 Meter oder so. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe glaube ich 8 Euro für den Stoff bezahlt. Geht eigentlich. Dann hatte ich noch so einen Streifen ausgeschnitten. Dann habe ich links, rechts und in der Mitte einen Nagel reingedrückt in den Stoff. Und ich habe das oben auch nur in den Stoff reingedrückt. Das heißt, ich habe das nicht an die Decke oder so befestigt. Das steckt wirklich nur dran. Auch dieses Monster-Hailoco. Das habe ich von irgendeiner Verpackung ausgeschnitten. Also ich hatte es noch gehabt. Ich habe es irgendwo liegen gehabt. Da habe ich ebenfalls nur Nägel durchgesteckt. Links und rechts. Das passt eigentlich ganz gut. Ich hole mir dann noch die nächsten Tage das Set mit Rochelle. Da sind ja dann die ganzen Zirkus Accessoires noch mit dabei. Und dann sieht das vielleicht nochmal ganz anders aus. Hier hatte ich noch ein bisschen Stoff über. Dann habe ich mir einfach einen Karton genommen. Aber ich glaube, man sollte einen stabilen Karton nehmen. Sonst kann man da nur eine Puppe draufstellen. Dann habe ich nur den Stoff drum gewickelt. Ich habe das nicht befestigt. Und das, das hatte ich einfach noch über gehabt. Ich dachte mal, vielleicht sieht das ganz schön aus, wenn das davor ist. Honey Swat. Ich habe hier einfach in einem Stoff ein Loch reingemacht. Und von der Seite. Und oben in der Decke ist ein Haken drin. Da hat es ja aufgehangen. Sieht ein bisschen schöner aus. Also ich finde es cool. Mit der Gina Fire hier hinten. Mit Toralei. Wenn das Set da ist, da ist ja auch so ein Seil dabei. Da möchte ich dann die Toralei auch von der Decke aufhängen. Dass es so aussieht, als wenn sie oder das Seil läuft. Also ich bin mal gespannt, ob ich das hinbekomme. Aber ich mache dazu auch nochmal ein Video. Frankenstein. Guljub. Apropos Guljub. Die gibt es jetzt neuerdings auch im Real. Für, ich glaube 39 Euro habe ich sie heute gesehen. Und die Elmenita gibt es ebenfalls schon bei Real. Für 31 Euro habe ich auch ebenfalls heute gesehen. Und die meisten Björk-Puppen. Also ich habe eigentlich alle Björk-Puppen da stehen sehen. Außer die Astronova, die nicht. Aber sonst alle. Ungefähr. Ja, das war es dann auch erstmal. Ich hoffe euch hat mein Video gut gefallen. Und vielleicht habe ich euch so eine kleine Anregung gegeben. Was man vielleicht basteln könnte. Und den Hintergrund von vielleicht manchen Puppen zu verschönern. Ich fand Freak2Chic ist eigentlich ne geile Serie. Finde ich auch von den Puppen her. Die sind richtig schön geworden finde ich. Und ich fand die Fotos bei Facebook immer schon so geil. Weil die das ja auch mal so mit den Zirkus Accessoires gemacht haben. Mit extra Zirkuszelt und Seilen und keine Ahnung was alles. Ja und ich dachte mir einfach. Ja, versuchst du das mal. Und das ist mir eigentlich auch relativ gut gelungen finde ich. Also ich bin stolz drauf. Ihr könnt ja mal drunter schreiben was ihr davon hält. Oder ob ihr auch was zu Hause gebastelt habt für manche Puppen. Ich habe ja auch schon viel gesehen bei Facebook. Haben viele ja auch schon mal was gepostet. Die holen sich dann auch schon mal Regale. So diese quadratischen Regale von Ikea. Da basteln sie ja auch schon mal irgendwelche Zimmer für die Puppen rein. Irgendwas in Blau für Frankenstein oder in Pink für Draculaura oder so. Auf jeden Fall liked es gerne. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt könnt ihr mich hier unten kostenlos abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal dann.